Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer Challenge mal wieder. Heute habe ich hier zu Gast als meine Assistentin hohen Besuch, die Lara von F.Lolla. Den Kanal findet ihr auch unten in der Infobox. Und wir machen heute, also ich mache heute die Blind For Your Book Challenge. Die habe ich schon mal, glaube ich, irgendwann gemacht mit der Tanja. Aber heute machen wir es einfach nochmal, weil es so viel Spaß macht. Und ich bin mir gleich die Augen zu und dann errate ich meine Bücher. Lara möchte meine Bücher nicht erraten, weil sie halt nicht weiß, welches Buch ich in welcher Infektion habe. Das müssen wir dann nochmal wahrscheinlich bei mir zu Hause machen. Aber vielleicht bringen wir gleich noch irgendeine andere Challenge. Ja, los geht's, ne? Ja. Ihr wisst das nicht, aber es ist irgendwie so Hochsommerwächer gerade. Und hier drin ist es einfach so... So, ich habe jetzt zehn Bücher rausgesucht. Mal sehen, wie viele wir davon noch schaffen innerhalb der Zeit. Oh, die uns noch bleibt. Dann beginne ich mit dem ersten Buch, welches dieses hier ist. Das gehört mir. Da ist auch was drauf. Am Rand ist was. Ich würde einfach mal raten, was es ein deutsches Buch ist. Das ist cool, wenn ich das hier so fühle. Ja, gib mir einfach Tipps. Es ist doch schon mal kein deutsches, ne? Nein. Ich habe das halt gelesen. Was ist denn das hier? Hier unten ist auch grusel Zeug. Da oben ist auch grusel Zeug. Passt ja dann. Aber mich wundert, dass es da drunter was ist. Okay, welche Bücher, englischen Hardcover habe ich, die so hochwertig sind, dass sie sich das hier leisten können? Das ist irgendwas von Cinder aus der Reihe? Nein. Das ist auf jeden Fall eines von den nicht ganz so hohen Hardcover. Also City of Bones oder sowas kann das eigentlich nicht sein. Doch, sonst muss ich fehlen. Und das fühlt sich an, als wäre das so Glitzer oder... Habe ich das gelesen? Ja. Da haben wir die Tage sogar noch drüber gesprochen. Aber wir haben immer viele Bücher gesprochen, deswegen ist das, dass wir viele Bücher in den letzten Tagen haben. Was habe ich denn da drin stehen, so im Rekord? Da sind wir zu viele mittlerweile. Aber es ist bestimmt aus einer Reihe, oder? Ja. Sonst wäre das nicht so hochwertig. Die Englischen, die machen nicht so hochwertige Sachen. Nur von den Film und Schautmann. Graceling ist, glaube ich, auch glatt. Da steht wahrscheinlich was. Das ist gar kein Grisel. Das kann ja da stehen. Oh, voll fehl. Das erste Buchtrick zurück. Da kommt als nächstes dieses hier. Das war ein deutsches. Hier hinten sind wir immer ein bisschen was. Das ist vorne. Ah, das ist vorne. So rum. Also es ist ein Hardcover, ein deutsches Hardcover. Hier ist irgendwas. Es ist relativ dick, glaube ich. Es hat ein Lesebändchen. Oh, das Lesebändchen klemmt da noch so drin. Das müsste eigentlich bedeuten, dass es ungelesen ist. Ich glaube, auf Smoke & Bone für ist das, glaube ich, zu hoch. Würde, also so wie sich das anfühlt, ist das irgendwie so von einem von den großen Verlagen, so. Also, ist das Mindgames? Ja. Noch nicht gelesen. Okay, yay, ich habe einen Punkt. Ach ja, machen wir doch mal hiermit weiter. Vielleicht. Oh. Das ist schwer. Das ist, glaube ich, Sternenmeer. Ja, da dachte ich mir schon, dass das so schnell klingt. Gut, dass ich mir so viele Self-Publisher-Bücher habe. Dann, was ist jetzt? Was ist das denn? Das ist auch ein deutsches Buch, glaube ich. Was ist denn da drin? Oh, irgendeine Karte. Was ist das? In welchem Buch habe ich so eine Karte drin? Es gehört zu dem Buch. Das ist ein Hardcore. Es hat kein Lesebändchen. Ist auch schon mal gut zu wissen. Bin ich jetzt auf dem Holzweg, wenn ich sage, dass es ein deutsches Buch ist? Nice. Aber ich habe da was drin. Ja. Ist das Jack Jones? Ja. Da sind nämlich diese komische Charakterkarten-Dinge drin, ne? Ja. Haha. Flippi-flippi-englisches Taschenbuch. Ja. Das fühlt sich an wie eins von den Legend-Büchern. Oder anderen von Jack Jones. Ist das so rum? Ja. Ja, da ist irgendwas drauf. Also Legend ist es auf jeden Fall nicht, weil Legend hat hier so ein Prägungsding drauf. Ich fühle einfach, wo die du bist. Boah, es ist echt schwer. Was habe ich denn noch, was sich so anfühlt? Egal, ich muss jetzt einfach irgendwas sagen. Es ist nichts von Legend, ne? Es ist nicht. Doch. Wie müsste das eigentlich Prodigy sein? Ja. Es ist Prodigy. Das ist auch gemein, ich die ganze Zeit Legend, Legend, Legend und du so schweigend sitzt. Oh. Das ist, glaube ich, eins von den Baumhausbüchern. Schwierig, weil ich was... Nächste Frage ist, was hast du jetzt rausgesucht? Ich glaube, für die Zeiten, es ist aber ein bisschen zu schmal. Vielleicht Dylan O'Grey. Nein. Hast du denn jetzt schon verloren oder hast du mehrere Prodigy drauf? Ich glaube, ich glaube, nah. Okay. Das ist so schmal. Das ist echt mir ja schon. Aber es ist eins von den Baumhausbüchern, ne? Ja. Siehst du, was ich da... Bist du aber auf der Titel? Ja. Natuosity? Ja. Ich probiere, wie lange das schon her ist, dass ich das gelesen habe. Ja, dieses hier. Warte, ich zeige es noch einmal in die Kamera. So, und jetzt. Au. Au. Ist er voll schmal. Ich fand das echt schwer. So schmal. So, und der so... Das ist so... So ein Buch. Englisches Taschenbuch? Ja. Ja, haben wir auch noch drüber geredet in den letzten Tagen. Kein Flippi-Flippi. Nur auf der linken Seite. Was ist denn, bitte? Was soll das? Was soll das? Ist auch aber eines, was hinter uns im Regal gestanden haben musste, eigentlich von der... Ich will mich mal umdrehen und fühlen. Manchmal andersweise komme ich eh nicht drauf hin. Warte, ich zeige es noch einmal in die Kamera. So, und jetzt. Oh, naja, es ist zweitrum. So rum ist es richtig. Also so. Das ist vorne. Das Cover. Wie das riecht, das ist nur ein Englisches Halbcover. Definitiv. Das hat hier auch dieses Up-Gedings da. Dieses hier. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Das Cover... Ich weiß ja, ob es irgendwie die Twilight-Dinger... Aber dafür ist das nicht dick genug. Das ist irgendwie so schwer. Das ist echt arsch schwer. Boah, das stinkt. Ist das Inhuman? Ne, ne? Nein. Ich hab jetzt gedacht, weil wir da gerade drüber gesprochen haben. Ist das halt von der Reihe? Ja. Boah, ich hab das so... Weißt du, ich hab das in der Hand und mein Gehirn sagt irgendwie Ding, Ding, Ding. Du hast das schon in der Hand. Du müsstest das wissen, aber... Das stimmt einfach so nach dem englischen Hautcover-Buch, ne? So richtig. Ist so verdammt schwer, das allein in der Hand zu halten, ne? So ein Hirnungsregal. Also aus dem Regal, ne? Ja. Aber es ist nicht Twilight. Ne, es ist nicht Twilight. Ich versage es auch. Du hast vorhand schon mal gedacht, das wäre ein anderes Buch. Beziehungsweise du hast das schon mal... Du hattest gerade ein anderes Buch in der Hand und hast... Crazy? Ja. Ich hab mir so kurz vorher nachgedacht, aber ich weiß nicht, warum ich den Gedanken wieder verfolge. Ich hab, ich dachte, die wären ein bisschen kleiner. So, dann noch dieses hier. Und so, und jetzt ist wieder hier vorne das Cover, das ist die Rückseite jetzt bei dir. Das ist aber ein deutsches. Ja. Das ist mir immer auch an der Qualität des Schutzumschlags. Ganz viel. Da geht voll viel, voll die Pallye, aber auf dem Kamer. Vor allem hier unten. Da so. Relativ schmal irgendwie. Ich glaube, ich brauchte einen Hinweis, ob das von der oder von der Seite kommt. Von links. Da, da, links, genau, links, die Seite. Links heißt das. Ich hab ein kleines Rechts-Links-Problem. Ich glaube, Löwe oder so ist das nicht. Lesebändchen. Ne, es ist nicht von Löwe. Die kommt immer so ein Lesebändchen da drin. Also nicht Löwe, nicht Skript 5. Was hab ich denn noch drin stehen? Heine? Ich glaube, ich hab nicht so ein dünnes Heine-Buch. Oh, es ist schon Randeepaus. Es ist Randeepaus. Es ist T-B-T. T-B-T. Oder Goldmann. Aber nee, ich fürchte mich nicht. Das sind die einzigen Bücher, die ich, glaube ich, als Headcover hab. Und die haben hier unten, glaube ich, so ein Ding. Ja, an dieser Stelle hat meine Kamera dann beschlossen, dass sie das Video abbricht. Also eigentlich sind dann 20 Minuten rum gewesen. Und dann musste die Laura leider schon gehen. Deshalb konnten wir das Ende nicht nochmal neu filmen. Und hmm. Aber ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Oder auch nicht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hab die ganze Zeit so geflüstert, was richtig schrecklich war. Aber das Leben geht weiter und so weiter und so fort. Laura, ich hab mich riesig gefreut, dass du bei mir auf dem Kanal warst. Ich hoffe, dass wir es ganz, ganz bald wiederholen können. Ich hab danach noch einige Bücher erraten. Aber Mockingjay ist bis zum Ende unerraten geblieben. Und ich hätte fast geweint deswegen. Aber ich werde den Schmerz noch irgendwie überwinden. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch bei Laura's Kanal vorbei. Dort findet ihr die Backwards Book Title Challenge, die wir auch noch gemacht haben. Und die noch viel mehr Spaß gemacht hat, finde ich zumindest, als die Challenge jetzt. Ich bin mir relativ sicher, dass Laura und ich bestimmt auf der Buchmesse dann nochmal ein Video drehen werden, wenn wir uns eh schon ein Hotelzimmer teilen. So, das war's aber wirklich von mir. Und ich sag dann mal Adios und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber egal.